Naja, alles könnte schiefgehen. Jede Entscheidung, die mir fehlt, hat Konsequenzen schlussendlich. Nicht nur auf mich selber, sondern auch auf meine Mitmenschen, mein Umfeld. Prends die Responsabilität, hat man viel Courage. Weil man vielleicht Angst hat, dass man es nicht hinbringt. Jeden Mensch macht mal Fehler. Ob wir es wollen oder nicht. Ohne Fehler lernt man ja nicht. Das ist auch, zu sein, zu sein. Verhalten, akzeptieren und fortsetzen. Die Poste, sie ist manchmal ein bisschen diskret für die Welt. Die Poste sprechen nicht darüber, die Poste handelt. Es ist nicht nur auf der Planeten, die Ecologie, das ist alles. Die Dienstleistungen, die Produkte, aber auch wie sie beschafft werden. Prozesse stattfinden, den Menschen das Gegenüber. Versucht zu verstehen. Es ist ein Zusammen. Dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Die selben Visionen teilen. Gegenseitig kann an Sachen zerspielen. Es ist für alle. Wenn man den ganzen Rückhalt auch spürt vom Team. Und von den Vorgesetzten. Verantwortung übernehmen heisst für mich. Ungemütliche Fragen stellen. Kann ein Logistikunternehmen wirklich nachhaltig sein? Was ist mein Beitrag zur Gesellschaft? Es richtet Zweck an. Verantwortung ist für mich lustvoll. Es beginnt am Morgen früh an und geht bis am Abend. Es dehnt vielleicht nach etwas sehr Grosses. Mais sans les petits pas, on ferait rien. Ich glaube, die Verantwortung hat ja verschiedene Facetten. Dass es häufig nicht schwarz-weiss ist. Es fängt eher an, dass man nicht wegschaut. Also die Verantwortung selber auch übernehmen. Prendre le vélo. Sachen wiederverwenden. Weniger konsumieren. Es geht darum, Muster zu brechen. Wenn man einen Weg finden will, findet man einen Weg. Und vielleicht kann man auch aus der Komfortzone herauskommen. Etwas vage und mutig sein. Und nicht nur, weil du jemanden auf die Finger holen musst, sondern weil du es irgendwann aus dem Richtigen empfindest. Es ist nicht so, dass es so ist. Es ist nicht so, dass es so ist. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es braucht sehr viel Investitionen. Es braucht sehr viel Investitionen. Es braucht sehr viel Investitionen. Es ist nicht einfach. Es sind nicht nur die Mitarbeitenden. Sondern 40'000 Familien. Die vielleicht plötzlich auch sich anders zu verhalten. Dann haben wir einen riesigen Impact. Wenn man eine Massenbewegung oder eine Lawine in eine Richtung auslösen kann. Und hier bei der Post spüre ich natürlich den Einfluss auf die gesamte Volkswirtschaft. Nachhaltigkeit ist nicht ein technologisches Thema. Es ist ein Mindset. Eine Abitüde. Eine neue, nachhaltige Wirtschaft auszubauen. A la Post, on peut vraiment faire bouger les choses. Et on peut vraiment avoir un Impact. mehr看到 letztlich. Tja fe eure Zeit, zum B kingpin.